ja leute was geht es geht weiter mit let's play splinter cell wir machen weiter ja wir haben letztes mal eine unlogische szene gelöst die war jetzt ist hier komplett dunkel denn jetzt kommt daher ernsthaft das ist doch ich hasse diese szene die ist sondern dann darfst du niemanden töten das ist die dümmste mission er war wirklich dieses so darfst du natürlich hat prinzipiell kein problem mit nur wenn es halt so dermaßen die mich gelöst ist macht es halt echt keinen spaß auf irgendwie auf niemanden töten zu setzen oder man muss ich meine ganz ehrlich ja ich verstehe ich hier was wie denn wieso ist denn wieso ist denn hier eine lichtquelle wo denn die kanalation ist hier meine szene die überhaupt nicht funktioniert ist die nervig ohne witz ist ja so dermaßen nervig und scheiße das ist nie hat auch nichts damit stirbt gar nicht so weil wie kann ich da da ist irgendwo die lichtquelle angeblich entweder sie wird mir nicht angezeigt das ist wie wir ein bug ist dass ich ein bug ist aber das ist ja nee das macht auch wirklich fast kein das war echt kein kein fun mehr weil das einfach nur das frustrate das frustrate und jetzt werde ich mit euch er wird sich jetzt gleich wieder drehen er wird mich gleich wieder sehen macht richtig spaß hier bräuchte ich mein spaß gerade echt ne ganz etwa so nein da darf ich die lieber töten die töten können wir sagen gut kreis den kopf nein töten ist nicht erlaubt ich meine das ist story technisch realistisch und ich sage auch nicht dass man um ihn töten muss aber ich kann die auch nicht alle alle betäuben weil dafür bin ich ringgeschosse weil es ja sinnvoll ist mir irgendwie da ein ganzes magazin mitzugeben aber ich darf keine ringgeschosse mitnehmen der dien denn da hat sich was bewegt wo hat sich denn was bewegt eine unserer leute wurde angegriffen er ist bewusstlos ja ich kann jetzt auch will wohl schätze ich mal weil da drei jahre weil ich irgendwann mal die kanalation geschafft habe also der letzte mission ging ja ne war ja wieder gut aber die wieder ist das ist einfach so das einfach nur so ein dummes try and error bis es halt irgendwann mal raffst und schaffst echt da muss ich meine ich habe auch nicht viel davon wieso habe ich denn zehnmal haftkamera was soll ich denn mit zehn haftkameras was soll ich damit du kannst mich nicht sehen es ist dunkel hier denn du beschiss das stream hat echt kein blaue warte mal wir können aber was versuchen eine sache würde mir nachdena nur einfallen warum komme ich nicht durch er könnte einen karton da kommen nicht durch ich habe tausend rauch ist einer bewusstlos das ist sehr gut muss ich versuchen ja also statt den endlich werde ich euch ja jeden einzelnen speichern tut mir leid das mache ich jetzt das ist mir die szene ist nur reines tran error das ist mir echt ein bisschen das war doch kein dass man so was macht keinen fan bin ich ganz ehrlich mit euch so was macht mir echt keinen spaß wenn es normales ist schwer ist wie zum beispiel hitman kannst du mir mal sagen wie du mich siehst ich bin nicht warum bin ich in dem licht das ist das sonne ist ich kann jetzt schon scheiße das ist ja nur das ist ja wirklich bisher unterirdisch beschissen gemacht und jetzt kommt ja das ist kein ich habe zwei gehabt aber ohne an der vergessen ist es auch scheiße nein wir wussten es ist auch doof ernsthaft nee also irgendwie macht mir das gerade nicht so fahren muss ich ehrlich sagen also die szene halten dann nicht das spiel ist okay jetzt sieht er mich bestimmt warte ich werfe was er läuft zu mir das ist doch was ist das ja ablenkung läuft bei dir ne er warum ich werfe was in ging es aber der weiß aber wo ich bin was ist denn das sind scheiße das ist ich glaube dass es funktioniert einfach überhaupt nicht da kann man nicht sein dass es funktioniert die zählen die fünf sind überhaupt nicht ich spiele es absolute kritze in dem länder sorry es ist ja toll gemacht mit denen dass es dürfen kann mit dem es schleißt und dann so jetzt jetzt wird es dafür ja klar ernsthaft ja er dreht sich einfach und ich freue mich wieder es ist so lang es ist so langweilig ist tut mir leid dass ich die szene ob mal abhält das ist nicht dein ernst jetzt wird es rück laufen zu mir leider weder ist die szene spannend noch uns irgendwas und sie ist nicht töten verschwärts schwert die mission nicht nur war warum läuft sie jetzt hier weiter du kannst gar nicht wissen wo ich bin natürlich du weißt wo ich bin jetzt hast du ja da ist ein fischer eine wache wurde bewusstlos geschlagen ja sicher eine wache wurde bewusstlos geschlagen ich drehe mich ich habe echt kein warte mal versuch mal was ich kriege nicht weiter ich brauche auf es ist wie es weitergeht ich finde dieses system sie hätten das ein bisschen einfacher halten sollen jetzt sehe ich gleich ich habe alle wachen zehn minuten gedauert bald oh gott oh gott danke danke spiel ernsthaft nicht das ist das das ist echt sowas frustet nur noch oder schreibt mir kommentare wie er sieht so tschüss wusste da ist oder war ja ich speichere das ist mir egal alle macht also ich mochte die szene halt echt aber dieses ende hier weil er doch unlogisch ist wenn wenn dann halt gegner sind und ich werfe die richtung und er war nie entgegen jetzt läuft dann muss ich jetzt hier lang objekte also so ja und jetzt wird es nicht was jetzt ist es irgendwie auch noch abgesperrt nein der einfach normale ausgang ne da muss ich jetzt auch noch mit eines spiel will man auf den sack gehen dass die merke ich schon also ich mag das spiel so will ich nicht sagen aber manchmal ist es schon wirklich als z1 nerven weiß ich war anders lang oder was so 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 die nicht töten mission diese am schwersten finde ich bald nicht mal mehr schwer ich finde ich finde die nicht töten mission deswegen auch so doof weil die halt schon sehr unfair sind also ich meine ich habe auch schon mal computerspiele doys ex und so durchgesprungen und die kunden töten aber die waren wenigstens immer vier jetzt muss ich hier jetzt hier muss wir sparen können danke jetzt muss ich nicht dahin das jetzt so ärgerlich das wird so hart ärgerlich jetzt spielt ankommt da war da einfach ja da lang können ich will sind viel zu tun weil jetzt die mission man töten konnte ging auch relativ gut die war ja so wie so relativ gut durchgekommen ja das sind einmal ganz kurz hoch hier geht's raus ich habe ernsthaft 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 klar ja so baut man bitte immer immer so gegner ein leute 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 ja so die gegner eingebaut kommen wir die mutter musik raus oder da die sind ernsthaft jeder ausgang ich fühle mich von spitter sehr verstanden oh gott leute oder ist das ist das ist ja nicht meine folge wo steckst du er war eben aber auch nichts gesagt die zu schnell oder man kann es nur auf ganz langsam also er dreht sich mal auf einmal ach so ach so jetzt kommt der ach so das weiß ich natürlich auch dass der zwischendurch mal ankommt das sind sachen die weiß man und keine besonderen vorkommnisse und verstanden oh leute wenn ich wohne nicht durch keine besonderen vorkommnisse dann hole ich mir gleich wenn er sich wieder dreht dann lock ich die beide aus wenn sowas ist von mir aus ja noch vier so war es ist ja noch halbwegs ja auch ein bisschen aber sowas okay sagen wenn ich noch mit einem mit einem ja noch in ordnung finden kann man ja in die tradition schmeißen ich probier's mal aus und und es geht es geht ja egal und dann der arme kollege gleich der arme kollege bis gemacht so voll weißt du es ist mir egal aber wir sind noch was anderes kann der zioner wäre sehr froh leider endlich wie aus dem schatten heraus und dann ist hier noch so viel licht die mission ist halt echt wirklich nicht gerade nett ich glaube so waren alte spiele einmal ich weiß es sind alte spiele manchmal weil damals war ein bisschen anders aber manchmal ist dann sowas trotzdem frustrierend aber schon dass es geschafft hat bin echt froh es ist ein heller kalter april tag gut gut nehmen sie das ok sie sind spät dran ok wir müssen uns beilen sprechen sie auf dieser karte ist das büro des generals verzeichnet ich dachte das sei ein botschaftsbüro war es aber irgendein chinesischer general benutzt es sie werden es sehen nehmen sie den hinteren service eingang um hinein zu kommen ist ein tor ja ein lastwagen fährt dort in kürze durch sie können an dem lkw vorbei hinein schleichen aber sie haben nur einen versuch dafür gute arbeit danke bin gut in meinem job bei bei okay erst einmal speichern wir das so gut wenn wir da jetzt hier geben hier sind wir ja hier sind wir ok ok los geht es mein gott fischer hallo ich wollte nicht folgen schlafen legen ich habe nur hier bin aus morgen mein gott fischer mein gott fischer ja sehr gut dann würde ich sagen beim nächsten mal machen wir weiter morgen um 16 uhr machen weiter mit winter cell ich hoffe euch hat ihr spaß gemacht und ihr seht morgen wieder einschaltet würde mich freuen wir sehen uns bis morgen 16 uhr haut rein euer pyrus tschüss wir sehen uns bis dann